Moin Leute, heute wieder nur ganz kurz. Ich möchte euch zeigen, wie ihr eurem Terminal ein bisschen mehr Charakter verleihen könnt. Es ist natürlich wieder was Witziges heute und nicht so wirklich sinnvoll, aber es macht Spaß und darum geht es ja hauptsächlich. So, zunächst einmal müssen wir natürlich unsere Sudo-Konfiguration ändern und das tun wir, indem wir tippen Sudo wie Sudo. Okay, so und jetzt hier in der ersten Zeile, wo Default steht, springen wir ans Ende und geben einfach Insults hinten dran ein. Okay, jetzt STRG X drücken, Ja zum Speichern und fertig sind wir. Jetzt brauchen wir nur noch ein anderes Terminal und zwar eins, in dem wir nicht schon hier admin sind und so weiter. Und hier müssen wir jetzt einfach nur Sudo eingeben und irgendein anderes Kommando. Es geht nämlich darum, wenn wir Sudo falsch eingeben, wie jetzt gerade zum Beispiel, dann fängt euer Terminal an, euch zu beleidigen, weil ihr so schlecht tippen könnt. Und es kommen immer wieder unterschiedliche Beleidigungen, also ist immer wieder was Neues dabei. Ja, sehr spaßig das Ganze und ich hoffe es hat euch gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.